Frage an Diplom-Ingenieur Guido Schmücker. Er ist von der IHK Köln öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Sprengtechnik. In Deutschland gibt es auch einen Normteil 2. Was sagt dieser aus? Der Normteil DIN 4150 Teil 2 geht auf den Einfluss von Menschen in Gebäuden ein. Bei diesem Normteil 2 ist es ganz wichtig, dass die Subjektivität eine ganz, ganz große Rolle spielt. Sie müssen sich so vorstellen, wenn wir zusammen stehen und warten auf eine Sprengung, dann werden Sie die mit Sicherheit weniger stark empfinden, als wenn man sich zum Beispiel beim Essen befindet oder man sitzt am Tisch oder liegt auf einer Couch und ist völlig entspannt und dann kommt die Sprengung. Da wird man die mit Sicherheit deutlich stärker empfinden als das, was ich vorher gesagt habe. Das heißt im Prinzip muss es Messwerte geben, die ganz objektiv aussagen, wie stark eine Sprengung war. Das subjektive Empfinden ist eigentlich nicht geeignet, um Sprengergebnisse geeignet beurteilen zu können.